Bitte einsteigen in den neuen EO-Bus der Salzburg AG. Mit seiner hochmodernen Technik kann der EO-Bus von der Oberleitung abdocken und ausschließlich mit Batterie fahren. Damit setzen wir von der Salzburg AG erfolgreich unsere Fahrt in eine nachhaltige Zukunft fort. Dazu gehören regionale Verantwortung, innovative Technologie und Kundenservice. So leistet der EO-Bus einen Beitrag zu Salzburgs Luftqualität. Da er mit 100 Prozent erneuerbarer Energie fährt, werden 0 Prozent Schadstoffe erzeugt. Das Herz des EO-Bus ist seine Batterie. Sein Hirn das smarte Energiemanagementsystem. So wird die Energie optimal gespeichert und genutzt. Das Energiemanagementsystem sammelt positionsbasierte Streckeninformationen dank integriertem GPS. Es erkennt Geschwindigkeit, Steigungen, das Gewicht des EO-Bus und sammelt Wetterbedingungen für seine Berechnungen. Mit diesen Daten steuert das Energiemanagementsystem das Ladeverhalten der Batterie und ermöglicht es, die rund zehn Kilometer nach Grödig und Retour ohne Oberleitung zurückzulegen. Sie als unsere Kunden können damit auf eine Technologie vertrauen, die umweltfreundlich, leise und sauber ist, damit das Leben in Salzburg noch komfortabler und nachhaltiger wird.